Guten Morgen! Was ist denn im Briefkasten? Crispy! Eine Anleitung! Nämlich ein Rezept für einen Salat von Emily! Oh! Wo ist es? Wo ist es? Rezepte! Sind hier unter Crafting eventuell? Nein. Hier. Was? Wie? Was? Da brauche ich wieder entweder eine Küche oder eine Kochstelle. Naja. Das Kochen und Craften, das intensivieren wir zu einem späteren Zeitpunkt. Heute ist reguläre Fahrenarbeit angesagt. Übrigens, die Auster kann ich doch nicht im Community-Center ablegen. Das habe ich nämlich schon gemacht in der Vergangenheit. Obwohl, was heißt Fahrenarbeit? Ich könnte auch mal wieder in die Mine steigen. Wie wäre es damit? Na, ich schaue erst mal, ob heute... Oh! Eine Hühnerstatue! Sehr gut! Also, nach dem Üblichen... Hier, erst mal... Äh... So. Den Kühen es bequem machen. Nach dem Üblichen werde ich dann... Bopp! 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 So... ...werde ich in die Mine gehen. Vielleicht... Nein, erst mal schauen, ob auf dem Kalender irgendwas steht. Also... Da blinkt etwas. Wer möchte was von mir? Schleim. In den Lava-Kavernen. Ob ich heute so weit komme, weiß ich nicht. Aber wir können mal schauen. Lea hat außerdem Geburtstag. Hi, du bist nicht leer. Okay. Schnell... Ähm... Hier drin... Öl hinterlegen. Wo war das? Beim Artisan-Bundle, glaube ich. Äh... Was ist das hier? Eventuell... Öl? Trüffelöl! Achso! Mein schnödes... Äh... Was immer das ist. Sonnenblumenöl oder was? Ist da gar nicht gefragt. Ne, Crops sind das ja auch nicht. Ah... Ne, dann weiß ich nicht. Ähm... Mh, mh, mh. Ja, dann trinke ich das Öl eben irgendwann. Öl ziehen. Kennt ihr das? Hier gibt Energie und ein bisschen Gesundheit. Ja! Okay, da hätte ich ja vorher mal nachschauen können. Ich wertvolle Zeit verliere. Egal. Moin! Wer bist du nochmal? Ach ja, Alex. Ich soll Hayley suchen und ihr von dir schönen Gruß sagen. Du bist Lea! Ne, Robin, Entschuldigung. Ah, mein Gott. Ähm, du hast doch was zu sagen. Ja. Hast du auch noch was zu sagen? Nein. Ja, selbst wenn ich Lea jetzt finden sollte, weiß ich ja nicht, worüber sie sich freut, wenn ich ihr was zum Geburtstag schenke. Oh! Eine Speerspitze... Eine Pfeilspitze, besser gesagt. Und es wird ja immer wertvoller, was ich hier ausgrabe. Guckt mal. Da muss ich zugunter gehen. Auch deswegen. Oh, das mache ich jetzt sofort. Bevor ich in die Mine steige. Sonst bin ich wieder überfrachtet und kann die Goodies aus der Mine gar nicht einsacken. Ja, das erledige ich rasch. Zumal die letzten Minengänge ja ziemlich flott vonstatten gingen. Ihr erinnert euch, da habe ich immer fast auf Anhieb eine Treppe zur nächsten Ebene gefunden. Und zur Not habe ich ja auch noch meine Steintreppen. Also, Gunther. Ich spende diese Puppe. Und das Teil. Belohnungen. Erstmal lesen, was wir da gerade gefunden haben. Ach, und hier Hühnerstatue habe ich schon. Okay, dann werde ich die neue Hühnerstatue kaufen. Mhm. Ja, Zweck ist nicht bekannt, aber sie ist mitgenommen. Und der... Dieses Waffenteil da ist wohl aus einer... Es sieht arg mitgenommen aus. Ein primitives Werkzeug. Also, du belohnst mich mit... Mhm. Oh, das Skelett ist nett. Als Deko. Und ansonsten... Kürbissamen. Du-du-du-du-du-du. Mir doch egal. Ja, dein Geld einkaufen. Hey, du bist Lea. Nee, du bist Penny. Oh, mein Gott. Es tut mir leid, dass ich mir das nie merken kann. Ob ich auch abhängen will? Vielleicht nicht jetzt. Ab in die Mine. So. So sieht es also in der Minus 81 aus. Da wächst... Da wächst... Ich fass es gar nicht. Oh! Da wächst einfach mal Gras. Okay. Was ist denn das für ein rotes Mineral? Stein. Ey, Fledermaus. Hau ab. Ah. Mann. Umkreise mich nicht. So gierig. Inventar voll. Herrlich. Oh, was ist denn das? Yikes. Ah. Das ist ja... N, N, I. Okay. Ich muss was loswerden. Weiße Algen. Eine Void Essence. Ah, ja. Hier. Sehr spannend. So. Ein bisschen was müssen wir ja auch einsammeln. Ja, was war das für ein Monstrum? Gruselig. Eh. So. Immer schön die Uhr im Blick behalten. Es ist 15.10 Uhr. Die Schleime. Richtig. Eh. Was? Inventar voll. Ach so. Klar. Oh, was ist denn das? Du hast eine Maske auf. Oh. Oh Gott. Jetzt unterlege ich dem bösen Blick. Ah. Das gefällt mir gar nicht. Was machst du mit mir? Ah. Geht's noch? Du schießt auf mich. Ey. was, 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 was ist das? Also meine Energie und Gesundheit greift es jetzt noch nicht gar so an, aber... Ah. Sag mal. Bist du auch hartnäckig. Wow. Das war krass. Ähm. Weg mit dem Stein. Hier. Pilz will ich. Und ich will vor allem in die nächste Ebene. Du, 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 du. Minus 83. Okay, Schleim. Du musst fallen. Ja. Hey, 3 von 6. Oh, schön, ich gehe gleich nach unten, aber den Schleim nehme ich noch mit. Komm her. Nein, ich muss mir den Weg bahnen. Yes, 4 von 6. Super. Na, was ist denn mit dir los? Nicht so schüchtern. Oh, falsche Waffe. Falsches Werkzeug, besser gesagt. Dun, 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 dun. So. Noch einer, bitte. Ah. Okay. Truhe. Gegner. Oh. Jetzt wird es unangenehm. Sehr gut. Ja. Ich habe die Schleime. Äh. Was ist hier drin? Nichts. Nichts. Äh. Muss ich mich beeilen? Eventuell. Ich ne, ich habe keine Zeit. Ich will auf. Ja. Passt auf. Ich will nichts anbrennen lassen. Deswegen. Kommt hier die Treppe hin. So. Hihi. Minus 85. Ja. Gibt es noch irgendwas? Ah. Da unten. Truhen. Hehehe. Hihi. Hihi. Okay. Ah. Was bist du denn? Du bist ein Mimik, würde man bei. Äh. Dungeons and Dragons sagen. Äh. Kann ich was wegwerfen? Ah. Hier. Snowy. Eine Crab. Okay. Klasse. Schnell nach oben. Ist ja schon 21.40 Uhr. Bis wann? So. Ich bin sehr stolz auf mich. Mal schauen. Wie lang geht das mit der? Äh. Noch zwei Tage habe ich für den Schleimmist Zeit. Was kann ich ablegen? Äh. Diesen Pilz. Ähm. Ja. Auch das Öl, oder? Das. Da muss ich schauen. Ob der Krebs da noch verlangt wird. Äh. Schleim. Und. Auch die Statue. Außerdem ist die Marmelade fertig. Aha. Ja, genau. Salmonberry. Ah. Dann. Lege ich doch gleich was anderes rein. Ähm. Ähm. Äh. Morgen. Ich suche morgen was Schönes aus. Ja. Ich freue mich. Tschüss. Äh. Äh.